Hier. Sind an ihrer Position und startbereit. So, warum halten die so viele aus? Das ist Gegnerstufe 13. Ja, hatte ich aber eben auch. Die waren einfacher. Danke für ihre Hilfe. So, wo wollten wir eigentlich hin? Keine Ahnung. Äh, wie? Ich hab keine Markierung. Er hier, ne? Guck mal, hier, er hier. Ja, zeig. Er steht hier und schillt. Hallo. Entschuldigung. Ja. Könnten Sie mir mal helfen? So, ich hab ihn jetzt in den Helm geschossen. Wie, keine Markierung? Wir sollten doch noch... Wo ist denn deine Markierung? Ja, ich sollte zu dem Safe-Haus gehen. Wo ist denn das? Ah, ne, Quatsch, das war doch... Ach, so, ja, das war ja... Genau, das war ja lediglich. Ähm. Nebeneinsatz, Gegnerstufe 14. Einsatz, Gegnerstufe 12. Sie gehen aus. Guck mal da. Tansquare Stromrelay. Ich glaub, wir haben den Stromlamm gelegt. Ja, stimmt. Komm, machen wir mal. Agent, wir haben ein ernstes Problem mit dem Stromnetz am Tansquare. Rhodes wird Ihnen die Details erklären. Er ist der Kontakt für diesen Auftrag. Ja, ich geh mit. Danke. Das will ich doch hoffen. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Normalerweise kein großes Ding, aber normal ist schon lange her. Wenn das noch eine Weile so weitergeht, kommt es zu einer Kette von Ausfällen auf der Insel. Und das wäre nicht gut. Vorsicht, Gegner. Oh, das ist ein große. Geh mal ein bisschen weiter zurück. Oh, nee. Alter. Einen hab ich. Alter, warum muss denn der immer im Moment nachladen? Oh, Mann. Ich bin, ich bin, ich bin, oh nee, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Du brauchst Heilogen. Nee, 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 nee. Ah doch, danke, super. Aber wo ist denn der jetzt? Äh. Wo werde ich denn jetzt getroffen? Da hinten ist so ein Arschloch. Tot. Ja. Noch einer tot. War es das? Nee, da sind noch welche, oder? Ah, da ist noch einer. Der ist genau hier in Deckung. Was macht er denn? Scheiße, zurück! Alter. Das ist aber gut. Oh, oh. Äh, ja. Ich bräuchte was zum Auffüllen. Ich hab schon mal wieder zu wenig Munition. Scheiße. Ah, vielleicht kriegen wir noch was. Okay, jetzt sind wir gleich da. Ich hoffe, dass wir da gleich am Anfang. Neuer Kampf, Nachschubbeschaffung. Was? Hä? Hast du das auch gekriegt? Neuer Kampf, Nachschubbeschaffung. Nachschubbeschaffung. Wir brauchen die Medikamente. Okay, oh, da sind sie. Ich hab nur eine Granate dahinwerfen. Mach dich bereit. Granate! Das war gut. Oh, der ist verletzt. Zah, mal. Okay, einer ist nicht fertig. Huch. Was ist wieder das mit diesen Köfferchen? Köfferchen aufheben und irgendwo hin tragen. Ernsthaft? Das war auch langsam. Äh, hier sind die Jungs von hinten. Ja, Jungs von hinten, so wie ich sag. Wunderständig. Die sehen mich nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Ja. Ja, ja, ich werd' das geholen. Okay. Ah, du bist das gut. Sehr schön. Wo ist das der Rest? Oh, das geht noch weiter, ne? Ja, sechs Bedrohungen. Aber ich seh' nicht, wo. Doch da irgendwo. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ich sterbe gleich! Bist du ausgenoppt, oder? Ne, noch nicht, aber gleich. Nicht immer das gleiche. Der muss immer falsch nachladen. Bist du ausgenoppt? Ja, dann komm zu mir. Wo bist du denn? Oh, ich muss immer falsch nachladen. Scheiße. Was ist das Problem? Zeit hatte ich nicht. Ah, da bist du ja. Du musst, wenn du angestiegen bist, ein bisschen aggressiv. Ich muss lieber sein, dass ich weiß, dass es dringend ist. Ich komm zu dir. Wenn nicht, dann komm ich einfach nochmal rein. Ja, ne, 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 so ist es aber nicht gut. Du musst das verlangen. Ich bin down. Hier, ich komm zu dir. So wie ich das mach. Oh, das kriegt man doch immer gesagt. Das krieg ich nicht mit, du musst das sagen. Okay. Dann mach ich das. Wo sind die Köffer stehen? Was ist denn das? Wie geht denn das? Ich kann das grad nicht. Hier ist ein Koffer. Ah, hier. So, und jetzt... Ach so, der muss da rein. Der muss da rein, ja. Okay. Ähm, naja. Und wo sind die anderen Koffer? Ah, hier ist einer. Ach so, weit weg. Aber er nimmt den nicht. Ah, doch. Okay. So, wenn er ein bisschen schneller könnte. Aber jetzt kommt doch auch keiner mehr, oder? Doch. Vielleicht. Das ist dein nur davor gelegt. Der ist schon drin. Da ist doch, da liegt noch ein davor. Ah ne, das war schon. Oh, neues Ziel. Und wo sind die verbleibenden Gegner? Da. Gut. Oh. Oh oh. 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 Hier ist eine Bombe. Hier ist eine Bombe. Die haben mich nicht gesehen. Ich weiß nicht warum. Wir brauchen diese Vorräte wirklich. Danke. Ich habe einen grünen Laser gefunden. Ich weiß nicht, warum ich einen grünen Laser haben will. Aber ich habe einen gefunden. Äh, so. Haben wir noch irgendwas? Ach so, ja. Wo ist denn jetzt unser... Ah, da. Gut, okay. Ähm. Was ist das denn? Oh, ich bastel eine Waffen immer nur in der Basis rum, irgendwie. Ach ja. Das ist noch sehr weit. Da steht. Warum steht da eigentlich nicht wie weit das ist. Äh. Ach, da ist es ja. Times Square Stromrelai ist nur 50 Meter noch weg. Ja, irgendwie sehe ich es auch, aber... Äh, was ist das denn? Das ist doch das Große. Da ist es doch, ja. 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 So, jetzt muss ich das mal machen. Moment. So, da rein, oder? Okay. 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 Keine Glaubensfrage. Eins nach dem anderen. Wir müssen den Strom manuell abschalten. Und mit wir meine ich Sie. Ich weiß, es ist kontraintuitiv. Das sind ganz viele. Die brauche ich eigentlich nicht zu scannen. Ich glaube, das war gerade mein Todesurteil. Bis gleich. Alright. Oh. Das Geschütze hat irgendwie nicht so richtig Bums Na, es war aber trotzdem Lade nach Na? Rikas ausschalten Rikas ausschalten Was ist das? Was ist das? Da bist du ja Hast du es getan? Weiß ich nicht Das ist einfach nur hier nach Laufen Nur den Schalter umlegen Schalter umlegen Schalter umlegen Okay Seien Sie vorsichtig Äh, äh, äh Wo sind die Gegner? Ah ja Sie laufen also quasi mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum Hier bei mir Und so ein wertvolles Ziel wie sie werden die sich nicht entgehen lassen Oh, nachladen Oh, nachladen, Moment Ja, ich auch Hä? Hä Siehst du die? Hä Ist der gerade ans Auto? Das muss sofort bestraft werden Wie weitere Feinde entdeckt Weitere Feinde entdeckt Wie weitere? Wir haben gereicht Wie weitere? Musik jetzt benimm dich mal Hier ist irgendwo auffüllen Wo ist dieses auffüllen? Ja, das wär toll Da sind die Leute Da sind die Leute Das war schlecht Oh, das war kein Mensch Oh, oh Warnung Weitere Feinde entdeckt Sag mal Ja, was toll ist Ich hab noch 13 Schuss Okay, dann Hegt ihr's gut auf Vorsicht, da kommt einer Wer ist Wer ist? Äh, ja Oh ne, das schaff ich nicht Ich bin eigentlich schon tot Okay Aber noch nicht Alles gut Hab noch 8 Schuss Okay Dann platziere ich sie gut Das war ein sehr gut platzierter Oh ja Das war eine gut platzierte Granate Ja! Ist da noch einer? Ja, eine ist halt da Links Links In der Straße Moment, warte mal Ist das nicht dieses Ein Scharfschütze Oder sowas Oh Gott Ja, ich seh ihn Ich bin ja Oh Gott Dann Ach так Ich bin ja Ja, ich bin ja Komm her Ich bin ja Ich bin ja Ja, ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Da ist noch einer her Haben ihn Keine Mission mehr Ja hier gibt es überall, liegt so rum Echt, wo denn? Aber so richtig auffüllen gibt es hier nicht, oder? Ne Ah, das war gut Hier doch, hier ist auffüllen Oh, super Also geht doch, so jetzt bin ich wieder voll So, wo müssen wir jetzt hin? Hier Tastatur benutzen Was? Ich muss mal was trinken, benutze mal die Tastatur So, wo müssen wir hin? Da hin? Zu mir Da Hilfe So, da rein, gut Ich hab die ganze Zeit gehört Oh, 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 hier bei mir Ja, wir brauchen einen Sicherungskasten, um wieder alles zum Laufen zu bringen Borengate, der Stromversorger, hat einen Wagen für Reparaturen geschickt, aber die wurden nicht eingetragen Das heißt, sie wurden auch nicht durchgeführt Und das heißt, die Ersatzteile, also auch der Sicherungskasten sind noch in dem Wagen Ich kenne den ungefähren Standort Also wenn sie endlich Zeit hätten Ich hab die Tastatur Ich hab die Tastatur Wovon spricht diese Frau Ah Äh, jetzt Hört grad aus Oh Ja, super Ja, super Hm Ja 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 Nein Ja 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 Ich wollte gerade sagen, lade nach. Den Sicherungskosten stöpseln Sie einfach in den Trafo ein. Ich markiere Ihnen die Stelle. Und wenn wir Glück haben, und es klappt, erstrahlt der Times Square, als wäre er wieder voller Dürfen. Gib mir mal Deckung, da kommen Leute. Ja, mach ich, versuch's, ja. Heben Sie sich keinen Bruch. Rechnen Sie nicht mit einer Entschädigung, wenn Sie sich den Rücken kaputt machen. Oh, ist zu viel. Das schaffe ich nicht alleine. Naja, ich bin schon dabei. Warum geht das nie im Gefecht? Lade nach, lade nach, lade schnell nach. Reiß dich raus. Die machen nicht mehr lachen. Wir sind los.